Ah, wie komme ich denn an die Info? Wie kam ich damals an die Info? Können Sie das näher erklären? Was denken Sie, wohin Frau Ruskatz nachts geht? Moment, Freundchen. Lass mich die Musik fühlen. Alles, was ich höre, sind nur Gerüchte. Warum fragen Sie nicht Frau Ruskatz selbst? Das ist eine interessante Idee. Danke. Dieser Song ist für alle Spione im Weißen Smoking. Überall. Gottverdammter. Sonst muss ich nachschauen, wie ich da rankomme, wie ich das hinkriege. Ah. Ich gehe nochmal in die Zentrale runter. Meine... Ich habe ja diese Gadgets. Gadget... Ich kann das Wort nicht aussprechen. Und ich weiß, dass ich diese Manschettenknöpfe benutzt habe. Ich weiß das. Warum weiß ich sowas? Mann, ey. Warum habe ich sowas im Gedächtnis? Monkey Penny, was können Sie mir über diese Frau Ruskatz erzählen, der ich auf der MS sofort aufgrund begegnet bin? Ich bin froh, dass Sie das fragen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Bildschirm. Hier ist das, was in der Datenbank des Spionagekurs über Sie steht. Ja, Herr Mulde. Sie benutzt aber auch die Namen Frau Blue, Old Blue und Kitty, Kitty, Kitty. Beruf? Eignerin und Betreiberin der MS sofort aufgrund. Leiterin der PR-Abteilung von der NDZ. Enge Verbündete von Willi V. Brecher. Und eine böse Mieze. Vorstrafen? Unanständiges Tango-Tanzen. Freigesprochen. Tanzen mit dem Vorsatz, Tango zu tanzen. Freigesprochen. Verkehrswidriges Tango-Tanzen. Freigesprochen. Tango-Tanzen außerhalb der Saison. Freigesprochen. Bemerkungen. Frau Ruskatz steht offensichtlich mit Willi V. Brecher im Bunde. Sie ist nicht nur äußerst gefährlich. Sie könnte auch die perfekte Quelle für Informationen über Willis Aufenthalt sein. Ich glaube, Sie sollten sich dieses Schiff näher ansehen. Sehen Sie nach, ob Sie eine Karte finden, auf der die Fahrtrouten der MS sofort aufgrund gezeigt werden. Das könnte uns Aufschluss geben über den Standpunkt von Willi V. Brechers geheimer Festung. Wissen Sie, an diesem Schiff ist etwas faul. Ich glaube, ich sollte es mir näher ansehen. Mal sehen. Was ist das Schöne? Vielleicht finde ich eine Karte, die uns direkt zu Willi V. Brechers geheimer Festung führt. Gute Idee, Fox. Ich wünschte, ich hätte die Idee gehabt. Ja, das Schöne. Wir haben es ja auch ohne das geschafft. Und ich habe damals nur so gespielt. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, dass ich das mal anders hatte. So, what the fuck? So, jetzt gib mir deinen Tango. Können Sie das näher erklären? Was denken Sie, wohin? Nein. Ich will den Tango. Nein. Gib, gib, gib. So, wie komme ich an den Tango ran? Ach, ich spreche mal so mit dem. Give me the Tango. Dieser Song ist für alle Spione im weichen Smoking. Macht er nicht. Macht er nicht. Erzählen Sie mir mehr über Frau? Ich weiß nicht viel. Warum läuft sie mitten in der Nacht zur See aus? Das ist eine gute... Na, das hatten wir schon. Ach, Gott, der wird... Wie kriege ich das jetzt? Wir wissen jetzt, die steht auf Tango. So geil, die erste Vorstrafe. Wie ging das denn? Das hat sich angehört, als hätte sie nackt Tango getanzt. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Tango. Alter, fuck. Sie scheinen eine Begabung für Rhythmus zu haben. Sie... Warte mal. Sie sehnen wie... Erzählen Sie mir von sich, Frau... Äh... Haben Sie schon mal daran gedacht, ein Album aufzunehmen? Nein, 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 nein. Erzählen Sie mir mehr über Frau Ruskats Maestro. Ich sollte es wahrscheinlich nicht sagen, aber ich habe einige von Willi V. Brechers Schlägern hier herumschleichen sehen. Aber Sie müssen inkognito hier sein. Sie sind ziemlich auffällig in diesen blöden gelben Uniformen. Sie wissen schon, die Uniformen der Nektar der Ziegenorganisation. Ich komme wieder. Gelbe Uniform. Ich komme wieder in einer gelben Uniform. Tue ich das? Irgendwie muss ich an den... ...Hangrack kommen. Hier bewahre ich meine Spionssachen auf. Papalapapaa. Ja, ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich schon mal herausgefunden, dass die auf dem Tango steht. Aber, warte mal. Oder gibt es da unten jetzt eine neue Dingens? Pummens. Nö. Kannst du mir nicht irgendeine Wanze? Ich brauche eine Wanze. Hatten Sie von Frau Ruskats gehört, Professor Quack? Hä? Meinen Sie diesen modischen Drink, den es in der Taverne gibt? Ja, ich hatte mal einen. Trotzdem danke. Ich lasse Sie zu Ihren Geräten zurückkehren. Hm. 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 Nee, 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 nee. Wie kriege ich das jetzt hin? Hier bewahre ich meine Spionssachen auf. Ja, ich weiß das. So, wir haben jetzt die Info, die offizielle Info, dass hier Tango steht. Die gute Dame. Ich weiß... Hier bewahre ich meine Notizen auf. Ich weiß... ...dass ich... ...der eine Dinge zu unterschieben kann. Vielleicht sollte ich wirklich mit einer gelben Uniform kommen. Aber dann habe ich ihn noch schon gefunden. Den geheimen Unterschlupf. Hier bewahre ich meine Notizen auf. Ja, lass mich... ...und Informationen zu sammeln. Lass mich doch mal nachdenken. Ich weiß nicht. Wie kriege ich das hin? Wie habe ich das damals immer hingekriegt? Trink Geld. Das bringt mich nicht weiter. Gib mir dein... Das bringt mich nicht weiter. Äh. Erzählen Sie mir mehr über Frau Ruskatz. Na, lass gut sein, Kleiner. Sie wissen, ich würde, wenn ich könnte. Aufhören! An Ihrer Stelle würde ich die MS sofort auf Grund untersuchen. Danke. Ich lasse Sie jetzt zu Ihrer Musik zurückkehren. Meinen besten Willen. Ich glaube, ich gucke mal ein bisschen. Ich mache mal hier einen Cut. Und ich luxe mal ein wenig. Wie habe ich denn das damals mal hingekriegt? Wie ist die F-Mann? Wie gesagt, ich habe das so oft durchgespielt. Weil ich es geliebt habe. Nein. Nein, 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 nein. Wir haben jetzt hier Info, dass sie voll auf Tango steht. Kommen wir an die Notenblätter. So, ich gehe mal kurz gucken. Bis gleich.